Gleitschirm haben wir nicht. Reittüren? Hier, schau mal. Unsere Reittüren. Ich würde mit dem Vogel anfangen. Die vollständige Geschichte. Los, zeigt uns, was ihr könnt. Erste Galkin! Warte mal, oder? Nehmt euch Zeit und seht euch alle Erinnerungen an. Die Zeit nehme ich mal auf alle Fälle. Wie viele Erinnerungen sonst? Die Erde, die vermisse ich schon irgendwie. Die habe ich schon richtig gerne gehabt. Sinn eurer Existenz. Meine Heldenzeit ist vorbei. Was Holbrack jetzt braucht, seid ihr. Ach du Scheiße. Und nahm sie sich. Die Seele Tyrias klagte, als die Bestie ihre Kinder niedermachte. Das Land weinte. Und die Welt erschauderte. Boah. Jetzt erinnerte ich mich gerade wieder am Tod vom Chahorn. Das war... Boah, das war sehr dramatisch, muss ich sagen. Mit Mordremoth. Das war zart. Das ist Kensal. Wooh. die drachen schlagen können das war so episch die schlacht das war echt cool niemals greifen wir an zerstören wir seitan bevor die verderbnis uns alle befällt wo ja und schlacht die war so cool ich bin euch dankbar kommandeur für alles was ihr getan hat was macht die cave eigentlich ich weiß nur zuletzt haben wir ihr so quasi verziehen wollte ich nicht auch bei der aurene bei den erhabenen zuletzt ich weiß gar nicht mehr heute habe ich es gesehen ich starte in den abgrund und es starte zurück solche macht ich weiß nicht mehr was real ist und was nicht oh gott löwenstein oh ja wie heißt denn die kassen die vertreten oder irgendwie so verdrehte uhrwerk irgendwas oh das war so cool aber da ist er hört mal ihr schild ist unten wenn sie angreift macht sie fertig bringt es zu ende los und ihr idioten glaubt ihr meinen tod rettet euch zu spät na wen haben wir denn da ich habe etwas das ich nicht länger schützen kann ihr müsst seine bedeutung für tierias zukunft begreifen und das ei und sie hat es geschürt eh genau ja da hat die cave dann einfach mal durchgetraut ne ab da war sie einfach nur scheiße ihr bleibt hier bis ihr mir die wahrheit sagt äh baolein es ist doch unnötig wir kommen vom dschungeldrachen wir gehören ihm wir sollten ihm dienen äh da drüben uh was ist denn da gefängnis gefängnis schaut ja toll aus das kann ja 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 aber wir haben den pakt wieder aufgebaut Genau, jetzt wurde der Konflikt, weil eben so viel Silvari vom Mordschirm auf übernommen worden sind und böse wurden und gegen die eigenen Leute gekämpft haben. Ah, nee, na, 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 oh, ein Tod. Tretet Mordremoss entgegen. Wie diese Mission auch enden mag, ihr sollt wissen, dass ihr Tahrir neue Hoffnung geschenkt habt. Und der ganzen Welt. Ah. Ihr müsst mich töten, Kommandeur. Nein, ich will nicht. Dann haben wir ihn umgebracht mit seinem eigenen Schwert. Dieser Schöpfe ist jetzt besiegt. Was wird nun aus uns, dem Silvari? Wo ist unser Platz in der neuen Welt, die wir erschaffen haben? Da oben. Drachenwacht. Ja, schaue ich mir. Und Chiria würde vermutlich besser schlafen mit der Drachentöterin an der Spitze einer neuen Gilde. Oh ja, glaube ich auch. Wobei die Gilde ja nicht so groß ist, ne? So wie ich es jetzt verstanden habe, sind nur drei, vier Leute dabei. Also dürft nur ihr entscheiden, wann wir einen Drachen töten? Nur ihr dürft sie erledigen? Was warst du was, Kommandeur? Ich bin froh, dass ihr euch nicht der Klinge des Schicksals angeschlossen habt. Und Mutter hätte euch dort nicht gewollt. Harte Worte von Braham. Ich werde mein Leben geben für, wie sollen wir es nennen? Aurene. Die Name ist Aurene. Stimmt, sie hat auf die Aurene aufgepasst. War also doch so. Äh. Hallo? Ja gut, ich hätte sie mal weiter hoch, ne? Ja. Ich bin der letzte Morsat. Natürlich. Vor vielen Jahren kanntet ihr mich als Lazarus den Furchtbaren. Ich bin vom Rande der Existenz zurückgekehrt. Aber wer sollte sich als Lazarus rausgeben? Nein. Das kann nicht sein. Oh doch, es kann sein. Hey, halt oder brennt's ja. Oh. Balthasar. 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 Er will Rache an den anderen Göttern nehmen. Und er hat vor, das durch Aurene zu erreichen. Ich muss den Richter überzeugen, dass er mich zurückschiegt. Kehrt zum Richter zurück. Kann ich da runterspringen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Kann ich da überhaupt sterben? Man, das ist da natürlich sehr verlockend, da so aufgebaut, ne? Okay, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Was unsere Aufgabe im Leben ist, Balthasar zu töten und Aurene zu beschützen, beziehungsweise aus den Fängen von Balthasar zu befreien, bevor er richtig dumme Sachen anstellt. So, Herr Richter, ich kenne meine Mission. Willkommen, edler Geist. Tretet froh. Und ich werde euch an den euch zugewiesenen Ort schicken. Ihr müsst mich zu euch gehen lassen. Ich sehe euch nun ganz deutlich, Kommandeur. Balthasar hat euch getötet. Und dennoch würdet ihr ihm wieder gegenüber drehen. Natürlich, es ist meine Bestimmung. Balthasar hat hier großen Schaden verursacht. Die Magie, mit der er Geiste entführt, erschüttert das Reich der Verlorenen bis in die Grundfesten. Aber ich kann euch nicht helfen. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich ihn besiegte, könnte das vielleicht den Schaden rückgängig machen, den er in unseren beiden Welten verursacht hat. Es ist zu spät. Euer Körper klingt kein Leben mehr. Fick. Ja. Nachdem Balthasar gegangen war, tauchte der Seelenverzehrer, eine furchtbare Bestie, auf, um sich an der schwindenden Lebensenergie der Geister zu laden. Das müssen die Schreien gewesen sein, die ich in der Ferne hören konnte. Wenn ihr die Bestie besiegt und euch ihrer Macht aneignet, wird diese Liedsache nicht mehr. Und dann könntet ihr zurückkehren. Aber falls ihr scheitert, wird die Bestie euch in Gänze verzehren. Ich könnte euch keine letzte Belohnung oder Bestrafung gewähren. Euer Geist würde einfach aufhören zu existieren. Dieses Risiko bin ich bereit einzubringen. Hilfe? Ich habe den Sinn meiner Existenz wiederentdeckt und muss jetzt zurückkehren, um zu beenden, was ich begonnen habe. Dann sei es so. In Gwens Namen geht hin, besiegt den Seelenverzehrer und lebt erneut. Nice. Ich werde es ihm ausrichten. Vielen Dank, Herr Richter. Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Okay. Sucht nach dem Seelenverzehrer. Da hinten. Oh, der schaut echt nice aus. Bezwingt den Seelenverzehrer und erhaltet euren Lebensfunken zurück. Aber was, wenn ich jetzt wirklich stirbe? Ich kann mich ja da wirklich nicht wiederbeleben. Mal schauen. Mann, ich stirbe nicht, weil ich bin natürlich super toll. Also, Champion. Schwächt Seelen und verzehrt sie. Stiel Segen. Kleines Stinky, bleib stehen. Wow, was macht der? Was macht der? Ah! Ich hab keine Chance gegen den. Ist so eine Witz. Wie soll denn das gehen? Na gut, jetzt verliert er doch vieler Leben. Oh nein, ich will das nicht. Ah! Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, wir haben ja mal lauter Scheiß auf wieder Oh, ich bin ja gleich hinig Das ist echt ungehörgte Seelenfresser-Dings da Bek, 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 bek! Ich werde mal schauen im Nahkampf Scheiße! Scheiße! Ich habe so viel Verwundbarkeit umgehabt, deshalb Stirb! Stirb! Stirb doch einfach! Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert Und schnell hin! Los, 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 los! Ich sterbe nicht! Niemand! Hält mich auf! Oh, ich bin ja Oh, ich bin ja Oh, ich bin ja Ich bin ja Oh, nein, 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 nein Alter, was ist mit dir los? Was ist mit dir? Oh. 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 Äh, öffnet das Tor aus dem Weg nach Tyria oder irgendwas. Geil! Die sind jetzt alle... Oh! Shit! Lasst mich jetzt frei. Und ich werde mich an unsere Abmachung halten, obwohl ihr sie abgelehnt habt. Eure Hilfe ist wertlos. Ich habe selbst einen Weg zurückgefunden. Und ich werde jetzt dort Erfolg haben, wo ihr gescheitert seid. Ich werde Balthasar besiegen. Schön für euch. So viel Schneid und eine so große Selbsttäuschung. Nun denn, geht. Und natürlich vergesst ihr ein wichtiges Detail. Balthasar hat eine Armee. Habt ihr ebenfalls eine Armee? Die, kleine... Kleine? Die habe ich tatsächlich. Meine Armee steht der eines in Ungnade gefallenen Gottes im Nichts nach. Wir wissen beide, dass ihr ohne meine Erweckten Soldaten chancenlos seid. Da könntet ihr Recht haben. Ich brauche eure Armee wirklich. Aber euch brauche ich nicht. Was? Nein. Meine Erweckten sind mir treu. Sie würden niemals jemand anderem als ihrem geliebten Gottkönig gehorchen. Tatsächlich. Es ist nämlich so, dass eure Armee in eurer Abwesenheit den Mondsicheln untersteht. Ich habe es erlebt und ich kann es zu meinem Nutzen einsetzen. Ich warne euch. Lasst mich nicht hier zurück. Ich verbiete es. Per königlichem Dekret. Es tut mir leid, eure Majestät. Aber nach allem, was ich gesehen habe, geht es eurem Königreich ohne euch besser. Okay. Ciao. Kleiner Choco. Ja gut. Er öffnet das Tor, das den Weg zum Portal nach Tyria versperrt. Da oben. Achso. Es sind halt echt alle wiederbelebt worden, bis auf den König Choco, weil der wahrscheinlich da die ganzen... Hä? Warte mal, wie komme ich denn da hoch? Weil der da die Fesseln oben hat. Äh. Ich habe es gleich, Leute. Da, ihr könnt, da sind Treppen, aber da komme ich ja nicht weiter. Hä? Ich bin da vorher hochgegangen und dann bin ich stecken geblieben. So, aber doch, da geht es nicht weiter. Da ist das Tor. Kommt hierher zurück, jämmerliche Sterbliche. Das ist eure letzte Chance. Ich werde zurückkehren und meinen Thron zurückfordern. Und ich werde mich rächen. An denen, die mich hierher gebracht, an denen, die mich hier gelassen und an denen, die Vorteile aus meiner Abwesenheit geschlagen haben. Die Folter, ach ja, das habe ich mir schon alles zurechtgelegt. Wenn ihre erbärmlichen Bitten um ein längeres Leben sich in verzweifelte Schreie nach einem schnellen Tod verwandeln, werde ich nur lachen. Ich habe so eine Idee, was passieren wird. Wir werden den Balthasar natürlich in kleine Einzelteile zerlegen. Und danach werden vom Choco die Fesseln gelöst und er wird wiederbelebt. Und dann müssen wir gegen einen Choco kämpfen, danach. Sicher irgendwie so. Aber jetzt wird auch eine Idee. Oh! 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 Oh, oh! Aber jetzt bin ich wieder da. Aber so funktioniert das nicht mit dem Todsein. Gutes Argument. Wir haben es alle überprüft, Kommandeur, und ihr weitet wirklich sehr eindeutig nicht mehr unter uns. Und sie ist immer noch nicht hier. Das ist doch ein Trick. Kaz, gehört sie zu euch? Das ist keine Illusion. Ich nicht. Ich bin lebendig. Ich bin immer noch der Kommandeur. Stoppst sie an! Fühlt sie sich irgendwie matschig an? Ist sie eine Mülle? Ist es eher so, als wäre es Leder? Ist sie eine Erweckte? Und wenn ihr gar nicht fehlt, dann ist sie ein Geist. Ihr werdet nicht an Kommandeuren herumgestupft, Tiny. Zuhören. Walter Zahad Oreen. Das ist uns bekannt. Bei unserer Ankunft hat er Oreen Richtung Süden gebracht, auf Kralkatorik zu. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber da waren zu viele Geschmiedete. Und so ungern ich auch schlechte Nachrichten überbringe, aber Balthasar hat anscheinend eine ziemlich ansehnliche Armee an Geschmiedeten aufgestellt. Er scheint sie schneller zu erschaffen, als wir sie kaputt machen können. Deswegen benötigen wir selbst auch eine Armee. Und im Reich der Verlorenen hat mir jemand verraten, wo ich mir eine leihen kann. Eine Armee? Leihen? Yep. Reich der Verlorenen? Juhu! Wir haben einen Plan! Cass, habt ihr irgendetwas im Angebot, das unser Aussehen verändert? Das schon, aber nichts kann dafür sorgen, dass wir vier aussehen wie eine ganze Armee. Das ist doch gar nicht nötig. Wir müssen einfach nur aussehen wie jemand ganz anderes. Nachdem ich für eine wasserdichte Geschichte gesorgt habe. In Ordnung. Ich werde warten. Und ich gehe zum Casino in Amnon. Wenn ihr von den Toten zurückkommen könnt, werde ich den Betrag verdoppeln, den ich auf euren Kopf gesetzt habe. Gut, gut. Ich werde euch alle benachrichtigen, wenn es soweit ist. Oh, hey, Kommandeur. Ja, bitte. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Danke. Danke, danke, danke. Der Abschied abgeschlossen. Abgeschlossen. Palava, Phylakterion. Unterweltdarbringung. Schweres Rüstung. Aha, aha, aha. Wieder mal ein stolzer Moment. Einen Beherrschungspunkt haben wir wieder gekriegt. Vielen lieben Dank. Machen wir nur die Kisten auf. Eine schwere Rüstung. Vorschau. Oh, schaut jetzt nicht so schlecht aus, ne? Ah. Kostümprobe, okay. Ah, ich habe alle zwölf, oder wie? Nice. Eine gebührende Verlohnung. Warte mal, ich habe da irgendwas gesehen. Ähm. Da, lest diesen Folianten, um Zugriff auf einen Satz seltener Sammlungen zu erhalten. Dieser antike Foliant beschreibt alte, ehrwürdige Begründer, durchgeführt und der Aufsicht. Nehmen wir das einfach mal. Achso. Achso, das haben wir ja schon mal probiert zu lesen, ne? Ja, na gut. Ja gut, wir verlassen diese Instanz. Oh, der Ritlock ist da vorne noch gestanden. Vielleicht hätten wir mit ihm nur irgendwas reden können. Oh, es regnet. Äh, der Archon kommt zum Vorschein, dringt ins Ödland vor, gelangt durch die Knochenwand und betretet Schokos Königreich im Ödland. Okay, jetzt holen wir uns also eine Armee, um Balthasar zu zerstören. Finde ich ganz cool. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Von Guild Wars 2 Paar for Fire. Bis dahin. Ciao. .